Ja, servus meine Freunde, willkommen, dass ihr eingeschaltet habt beim neuen NBA Supercard-Video. Ich freue mich sehr, dass ich weiter lettern kann und ihr seht, auch meine Wins gehen voran. Ich spiele und spiele, gerade jetzt über das Wochenende, wo Roadtrip war, habe ich sehr viel Roadtrip, ist die LMS von NBA Supercard, habe ich sehr viel Roadtrip gespielt und halt immer meinen, also Champions hatte ich durchweg am Laufen, das Champions ist King of the Ring für die WWE Supercard-Spiele und halt PvP, da bin ich nur gerade in der abgefahrenen Gruppe. Ich bin jetzt hier echt hoch und habe da Leute dabei, die hier zwei, die betteln sich, aber die betteln sich mit um den, hier die Top 50 globaler Rang sind die dabei, hier gleich kommen die, was halt schon Hardcore ist. Darum bin ich zufrieden mit meinem vierten Platz in der PvP-Gruppe, aber wie gesagt, ich habe fleißig gespielt, darum habe ich auch viel Karten gekriegt und bei Champions, wenn man da natürlich, bin ich ganz oft Erster geworden, einmal Dritter, einmal Vierter, aber das ist sehr cool, was man da machen kann mit dem Trainieren. Da mache ich mal ein separates Video dazu, weil wenn man die ganzen Boosts, die da gibt, alle erspielbar oder randommäßig bekommbar, ist das schon recht nice und man kann gute Karten kriegen. Und natürlich die Roadtrip Packs, die es dann immer nach Erledigung einer Stage gibt, auch die waren in einer gewissen Arena halt richtig geil, dass ich gute Karten bekommen habe. Also auch da freue ich mich über die Playoffs-Karten, die sind erstens saustark und zweitens echt cool. Und auch hier, das sind alte Event-Karten, Saphir habe ich die da auch im Pro gekriegt, das ist schon nett. Und wenn wir mal einfach mal mein Top-Deck angucken, dann, okay, da hat sich nicht viel geändert, ich habe meine beiden Amethyst-Dunk-Pros voll trainiert, aber hier sind jetzt zwei Ruby-Pros reingerutscht. Vielleicht würde ich mal sagen, gehe ich erst mal in den Filter, mache General und wir gucken uns die stärksten Karten an. Also ihr seht, es sind mittlerweile fünf Pros. Dann meine Onyx Diva, die ich ja aus dem, glücklicherweise, aus dem Free-Pack, was man täglich oder mehrmals am Tag kriegt, habe ich ein 0,0% oder 0,01% Chance-Karte rausgekriegt, was richtig nice ist und halt auch die Karten, so alte Event- oder Seasonal-Karten, die da mit waren, konnte man sich halt auch erspielen, hat bekommen aus Packs oder halt von Bord bekommen. Und auch bei Ruby läuft das echt super, dass, wenn wir jetzt mal auf Filter kombinierbar gehen, wie gesagt, es sind noch einige Karten, die ich kombinieren kann. Und wie gesagt, vor allem freue ich mich auf die Play-Off-Karte, weil die hat schon, die ist schon stark. So, vielleicht nochmal das Gauntlet-Deck. Das Gauntlet-Deck ist, Gauntlet ist die Road to Glory. Hier ist es ja ein bisschen anders. Das sind nicht automatisch die besten 20 Karten, sondern hier sind zum einen Männer und Frauen gemischt und es ist nach Position. Also ich habe hier bei dem Center-Spieler, ich habe deutlich bessere Karten wie den 400, also so ein Standard-Ruby, aber ich habe halt keinen auf der Position Center. Und darum, das spielt hier halt auch noch die Rolle. Hier hat man quasi fünf Center-Spieler und wenn man fünf schlechte Center-Spieler hat, dann hat man halt auf dieser Position immer schwächere Karten drin. Auch da mache ich nochmal ein separates Video, nur das ist sowas, was man hier jetzt mal beachten muss. Es ist an vielen Stellen tatsächlich komplexer wie Supercard durch die Möglichkeit von Positionen. Und ich bin auch mal gespannt, ich bin mir sicher, irgendwann, wenn jetzt die Season 1 endet ja demnächst, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in den nächsten Seasons, vielleicht nicht in zwei, aber irgendwann auch irgendwas machen mit Teams, dass man sagt, oh, du spielst die Bulls und ihr spielt gegen Heat zum Beispiel und dann muss man alle Karten von Bulls sammeln. Weiß ich nicht, ob sowas machen, aber sowas könnte ich mir vorstellen und das wäre sehr cool. Genau, und jetzt hier, das war mein Roadtrip-Deck zum Schluss. Das war am Anfang vom Roadtrip sehr unausgeglichen, da hatte ich ja noch gar keinen Pro, die kamen erst alle mit Roadtrip und halt Champions dazu. Und das hat mein Deck jetzt hier echt, war ich dann zum Schluss vom Roadtrip zufrieden. Ich bin aber ab einer gewissen Stelle nicht mehr weitergekommen. Da war die Arena und ich habe hier, das hier ist drei solide Diven und eine Single-Ruby-Diva, ach Diva, pardon, W-NBA-Spielerin, also weibliche Basketballspielerin, halt auch mit echt schlechten Offense-Wert und das Spiel wollte mich immer ganz hart rannehmen und hat immer, es war, ich weiß, es ist natürlich nur ein Gefühl, ich weiß, dass es nicht immer so ist, aber es war gefühlt immer so, ich sammle und bänke Points, bänke Points. Dann das letzte Spiel kommt Doppel-Diva und Offense und sie hat es mir dann verkackt, weil sie war einfach deutlich unterhalb im Schnitt. Aber gut, so ist es nun mal, also ich bin dann ab einer gewissen Stelle nicht mehr weitergekommen. Ich bin aber, und da bin ich sehr stolz auf mich, 2422. bekommen. Da werden jetzt die WWE-Superkart-Spieler sagen, die jetzt da hier nicht Roadtrip mitgemacht haben, oh, wie geil, 2400. Das ist in NBA nicht so geil wie in WWE. WWE spielen viel mehr Leute, weil wir sind ja auch schon in Season 7, da kriegen ja die Top 10.000 die Eventkarte, hier kriegen nur die Top 1250 die Eventkarte. Und das heißt, wenn ich das mal so Superkart-mäßig hochrechnen würde, ich bin quasi das Doppelte von dem Letzten, der die Eventkarte kriegt. Das würde bedeuten, ich bin wahrscheinlich so 20.000. bei WWE-Superkart gewesen. Das kann man nicht so ganz vergleichen, weil ich habe schon hart gequindet mit dem, was mit meinem Deck möglich war. Aber ich war, glaube ich, Arena 35 und bin nicht weitergekommen, aber vom Deck her, weil mein Team so unausgeglichen war. Also gleich holen wir die Eventpacks ab. Davor wollte ich nur noch was zum Team sagen. Ich habe bestimmt zehn offene Anfragen von Leuten, die gerne ins Team wollen. Wir hatten heute zwei Plätze frei. Da muss ich halt dann entscheiden. Und da ich viele Namen nicht kenne, ich habe keine Entscheidungsgrundlage, will ich sagen. Also nur, weil ich dich jetzt nicht genommen habe, ist es keine Entscheidung gegen dich, weil ich dich nicht leiden kann, dich da, sondern weil halt... Also einen habe ich angenommen, der hatte Diamond-Karten im Deck. Ja, sorry. Ein deutscher Name mit zwei Diamond und einer Onyx Pro, da kann ich nicht Nein sagen. Also darum, den habe ich einfach nur vom Deck her entschieden. Der hat auch schon etliche Spiele gehabt. Und den zweiten habe ich genommen, weil ich den Namen aus WWE-Supercard kannte. Das heißt, das ist das einzige Entscheidungskriterium, was ich habe. Das heißt nicht, ich will dich nicht, sondern ich nehme halt dem, der fürs Team am besten ist oder der, mit dem ich weiß, oh, guck mal, das ist jemand, der in WWE-Supercard schon gespielt hat. Und nicht, ich sage jetzt mal irgendwer darum, ich, sorry, ich kann halt auf zwei, zehn Leute nicht auf zwei Plätze verteilen. Da fällt der eine oder andere runter und das ist nicht böse gemeint. Ich gucke, wenn, sobald wir halt wieder irgendwie jemand keinen Bock mehr hat auf NBA oder sagt hier, wir spielen zu wenig, zu viel, wie auch immer, dann ist ein Platz frei und dann kannst du, ich finde es richtig geil, meine neue Kameraeinrichtung erkennt, dass ich mit dem Finger drauf zeige. Das hat früher nie geklappt, da ist die Kamera total verfokussiert. Also, dass ich dann vielleicht genau dich aufnehmen kann. Was natürlich wieder bedeutet, schreibt aktiv, seid aktiv im Discord, dann erkenne ich euren Namen vielleicht. Aber nein, jetzt, genau, das wollte ich noch sagen und jetzt ist das, wo ich mich schon den ganzen Tag drauf freue, die Packs. Also, ich bin 2400 und ein paar zerquetschter geworden, hätte natürlich super gerne die Eventkarte geholt, aber ich habe keine Credits, doch einmal, zweimal habe ich Credits ausgegeben, habe mir einmal einen Refresher, einmal einen Blocker unabhängig voneinander gekauft. Aber ihr seht, das hier sind die Eventkarten, 1250 und ich bin, habe mich Gott sei Dank hier in dieser Range gehalten. Ich habe gehofft, dass ich hier 2.2 noch schaffe, das habe ich aber dann nicht geschafft. Ich, heute Morgen war ich noch 2.2, aber da habe ich schon gewusst, ich, ein bisschen werde ich abrutschen. Man rutscht hier auch nicht so viel ab wie in Supercard, also in WWE Supercard, dadurch, dass es halt weniger spielen und die, die hardcrinden, die sind halt vor dir. Darum, ich bin um 200 abgerutscht, das ist vollkommen in Ordnung für den ganzen Tag quasi, den man nicht spielt. Auch das Event war heute um 3 vorbei und darum habe ich zwei Platinum++ Packs bekommen. Und da kann von Amethyst, was meine Stufe ist, über Onyx bis zu Diamond drin sein, jeweils zwei Karten. In meinem Team haben Leute, haben manche Leute Diamonds gekriegt und es haben manche Leute halt nur Amethyst gekriegt. Und es wäre jetzt nice, wenn da bei mir was Gutes drin wäre. Bitte, bitte drückt mir die Daumen, ich drücke sie mir auch. Ich hätte gerne Diamond, Diamonds are the girls best friends, sagt man doch. Und darum legen wir mal los. Hier muss es drin sein. Äh, genau. Hier sind etliche Nachrichten. Oh, ich würde gerne ins Team, auch Leuten, denen ich gestern geschrieben habe, kommen ins Team. Naja, ich musste halt jetzt vor dem Team-Event jemand annehmen und da wart ihr halt leider nicht dabei. Tut mir leid. Beim nächsten Mal. Äh, Roadtrip. Zwei Packs. Ich bin aufgeregt. Ufgerischt. Ich schnaufe nochmal durch, sonst ziehe ich das Video schon wieder so in die Länge. Darum quatsch. Aber 75.000 Points. Und komm, sei was Gutes. Zweimal Amethyst. Das Niedrigste, was drin sein kann. Mh, ärgerlich. Wir gucken gleich, ob da vielleicht Amethyst Pro drin wäre. Das wäre natürlich nice. Das weiß ich nicht. Ich kann mir die ganzen Namen noch nicht merken. Ähm, also ihn habe ich mit Sicherheit nicht Pro, weil er wäre ein Center-Spieler. Und dann hätte ich nicht einen schlechten Center-Spieler. So. Och komm, ich will auch eine Diamond. Bitte! Eine Diamond ist dabei. Und eine Amethyst Diva. Die nehme ich doch auch gern. Ist sie vielleicht Center? Ne, ist sie leider nicht. Sie ist, äh, Small Forward, Power Forward. Und ein Diamond. Zeig's mir. Oh, eine Diva! Oh, das hat sich doch mal gelohnt. Eine, meine beste Karte ist eine Diva. Teil unabhängig davon, meine zwei besten Einzelkarten. Ich habe jetzt eine Onyx Diva und eine Diamond Diva. Nafessa, Nafessa, was ist denn das für ein Name? 102 zu Dev pusht sie sich. Nafessa Collier. Collier, Nafessa? Ich weiß gar nicht, wo der Vorname steht. Müssen wir auf einer anderen Karte mal gucken. Und sie spielt bei den Minnesota Luxen. Eine Diva. Ah, der Hammer. Die wahre Pracht Doppel-Diva-Package. Hat sich doch gelohnt, äh, das hochzumachen. Mache ich mal einen Screenshot. Sorry, Leute, das muss sein für, für die Insta, ne? Und für die YouTube. Nice. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, Leute, gucken wir jetzt mal. Vielleicht ist ja doch irgendwie noch ein Pro dabei gewesen. Äh, war schon eingestellt. Ne, kein Amethyst Pro dabei. Schade. Hätte ich gut gebrauchen können. Also gerade einen aus dem ersten beiden Packs Filter Trainable. Diamond. Diamond. Ich habe ja gesagt, Diamond are the girls' best friend. Und dann haben wir hier eine Diamond Diva drin. Und eine Amethyst Diva. Sehr nice. Äh, ich bin gespannt, wo das mein Deck hinbewegen wird. Ähm, ist sie schon jetzt im Deck? Ne, sie wird natürlich diese Diva rauskicken. Und dann haben wir das. Und hier wird sich nichts ändern. Weil diesen, eine Ruby Pro ist natürlich besser wie ein Single Diamond. Ähm, wobei da wahrscheinlich eher hier halt einen der beiden Rubys rauskickt. Und wir haben jetzt natürlich Team Gauntlet. Das ist Team RTG. Ähm, quasi. Und hier gucken wir mal. Also wir haben ein relativ aktives Team. Momentan muss man schon sagen. Ähm, hier ist auch nochmal eine Amethyst Diva drin. Hier ist dann, ähm, also wir haben ein Amethyst Deck. Darum denke ich mal, dass wir die Amethyst Karte holen können. Vielleicht, wenn Bock da ist, die eine Onyx Karte. Ich befürchte nur, wenn wir hier so 650 Punkte, Ein-Punkte-Matches machen müssen, ist das nicht realistisch drin. Und die, die Onyx Diva ist sowieso nicht realistisch drin. Und, äh, Dwight Howard. Ach ja, gut, er könnte auch Howard Dwight. Er heißt, glaube ich, Howard Dwight. Nee, doch, Bird ist der Nachname. Also hieß die andere. Ich weiß schon, wie der Nav, wie auch immer. Sue Bird. Garrison Allen. Aber die haben alle so Namen. Das könnte auch Allen Garrison heißen. Aber hier Luke Kennard. Okay, ja, ich quatsche schon wieder und bringe das Video in die Länge. Leute, es hat mich gefreut. Es war mir eine Ehre mit euch, das Video, das Diamond Pack aufzumachen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Kommentar ins Video. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Packs und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!